Hallo Kinder! Tiere im Wald. Das ist das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist freundlich. Das Eichhörnchen ist orange. Das Eichhörnchen kann klettern. Das ist das Wildschwein. Das Wildschwein ist gefährlich. Das Wildschwein ist braun. Und das Wildschwein kann laufen. Das ist der Hase. Der Hase ist schnell. Der Hase ist braun oder grau. Der Hase kann laufen. Das ist der Igel. Der Igel ist langsam. Der Igel ist grau. Der Igel kann laufen. Das ist der Biber. Der Biber ist klein. Der Biber ist braun. Der Biber kann schwimmen. Das ist der Bär. Der Bär ist groß. Der Bär ist braun. Der Bär kann laufen. Das ist der Fuchs. Der Fuchs ist gefährlich. Der Fuchs ist orange. Der Fuchs kann laufen. Das ist das Reh. Das Reh ist freundlich. Das Reh ist braun und weiß. Das Reh kann laufen. Das ist der Vogel. Der Vogel ist freundlich. Der Vogel ist schwarz. Der Vogel kann fliegen. Das ist der Wolf. Der Wolf ist gefährlich. Der Wolf ist grau. Der Wolf kann laufen. Das ist die Ameise. Die Ameise ist klein. Die Ameise ist braun. Die Ameise kann klettern. Das ist die Eule. Die Eule ist groß. Die Eule ist braun. Die Eule kann fliegen. Das war alles Kinder. Tschüss und viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.